Das Sporthaus Buchebner ist mit dem Auto leicht erreichbar. Es liegt direkt neben der Bundesstraße am Parkplatz der Talstation Stuleckbahn im Spital am Semmering. Geschäftsinhaber Günther Buchebner hat den Verkaufsraum durch Umbearbeiten kundenfreundlicher gestaltet. Ja, wir haben auch den Verkaufsraum ein bisschen adaptiert, denn der Ablauf war nicht mehr so, wie wir uns wünschen. Wir verkaufen eigentlich so ziemlich alles, was der Skifahrer braucht. Speziell an Kleinigkeiten, Haum, Handschuhe, Brillen, Helm und diverse andere Sachen und natürlich auch Ski und Begleitung, so wie Schuhe. In Zusammenarbeit mit den Firmen Rossignol, Tainastar und Lange hat das Fachgeschäft ein Skitestcenter eingerichtet. Bei einem Kauf wird die Leihgebühr zurückerstattet. Alle Leihgeräte bzw. Leihartikel wurden mit einem Strichcode gekennzeichnet. Sport Buchebner hat aber auch eine Großinvestition getätigt. Ja, in erster Linie haben wir mal eine neue Skiservice-Maschine gekauft. Eine Maschine, auf der man Ski, sowohl auch Snowboard, vollautomatisch machen kann. Mit den verschiedensten Strukturen. Für die Ski neue Weltcup-Strukturen, für die Snowboards ganz tolle Steinschliffstrukturen mit Seitenkante und Wachsen. Alles geht vollautomatisch und ist innerhalb kürzester Zeit erledigt. Die neue Ski- und Snowboard-Service-Maschine Saphir Pro, der Firma Montana, kostet 330.000 Euro und besticht durch Technik auf höchstem Niveau. Weltweit wurden 20 Stück ausgeliefert, fünf davon in Österreich. Die nächste Anlage steht in Klein-Aro. Wir haben da die verschiedensten Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen. Eben wirklich für einen Publikums-Skilauf ein Schnell-Service zu machen, dass der Skifahrer gleich wieder auf die Pisten kommt. Bei diesem Schleifroboter können wir natürlich auch Twin-Tips-Ski, Rocker-Ski und auch Snowboards wirklich vollautomatisch schleifen binnen kürzester Zeit. Wenn jetzt jemand spezielle Wünsche hat, zum Beispiel wenn ein Rennläufer zu Ihnen kommt, wie schaut es da aus? Er mit unseren Rennläufern. Auf dem kann man eigentlich sehr gut aufbauen. Von einem relativ guten Namen schon kommen die Gäste wirklich von weit her. Und da sind halt immer Spezialwünsche, was nachher sehr zeitaufwendig ist. Aber durch das feine Tuning, was wir am Belag haben, gingen nachher die Ski ordentlich. Und der Rennläufer hat einmal ein gutes Material zur Verfügung, dass er den Wachsaufbau gut vornehmen machen kann. Bei Sportbuch-Ebener werden alle Ski vom Renn bis zum Kinderski in kurzer Zeit bestens präpariert. Und jede Bindung wird optimal eingestellt, um für die Wintersportler die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Bei uns ist das Service auf jeden Fall erschwinglich. Ein Glant-Ski-Service, dass der Ski wieder ordentlich geht, kostet bei uns 26 Euro. Und in 10 Minuten ist der Skifahrer bei uns wieder draußen und der kann sich beim Lift schon wieder aufhappen und wieder Skifahren gehen. Erstklassiger Service, kompetente Beratung und moderne Ausstattung. Drei Pluspunkte sprechen für das Wintersport-Hausbuch Ebner in Spital am Semmering. Beim Tag der offenen Tür konnten sich die Besucher davon überzeugen.